Ich habe euch wieder eine kleine Geschichte mitgebracht und bin mal gespannt, ob jemand von euch, na genau, ob jemand dieses Artefakt schon mal gesehen hat. Was könnte das sein? Das ist eine Säuglingsbadewanne, tatsächlich, die ist heute zu bewundern in der städtischen Galerie im Leonbachhaus in München. Also, je nachdem, wenn ihr in München seid, wisst ihr, was ihr entweder mal besichtigen könnt oder eben ganz bewusst auch nicht. Von dieser Badewanne, da soll eine Schrifttafel gestanden haben vor dieser Badewanne und auf dieser Schrifttafel stand, dass in diesem Gefäß einst der Säugling Josef Beuys gebadet worden ist und jemand anders soll dann mit Kreide dazu geschrieben haben, offensichtlich zu heiß. Also, diese Geschichte gibt es zu dieser Badewanne. Ich bin kein besonderer Kunstkenner, von daher bitte verzeiht mir die eine oder andere Bemerkung in diesem Zusammenhang. Vielleicht habt ihr ein ganz anderes Empfinden. Die Badewanne ist eben die Badewanne, in der der 1986 verstorbene Künstler Josef Beuys gebadet worden sein soll. Und Beuys hatte die entsprechend präpariert mit Mullbinden und Dingen, die so dazugehört und hat sie zum Kunstwerk erklärt. Also, so muss man das machen als Künstler. Man nimmt etwas und erklärt es zum Kunstwerk. Und die Badewanne war dann in einer Wanderausstellung 1972-1973, dafür war die vorgesehen, die unter anderem im Wuppertaler von der Haidt-Museum stattfand. Und während der Vorbereitung auf diese Ausstellung wurde die Badewanne im Schloss Morsbräuch in Leverkusen gelagert. Und zur gleichen Zeit damals war auch ein SPD-Ortsverein, Leverkusen-Alkenrath, der wollte ein Fest feiern dort. Und zwei Frauen, Hilde Müller und Marianne Klein, die waren im Vorbereitungsteam für das Fest und es war für alles gesorgt, aber sie suchten noch eine Schüssel, in der sie die Gläser spülen konnten und das Bier kaltstellen konnten. Und dann haben sie diese Wanne gesehen und dachten, Mensch, das passt doch. Also haben sie gereinigt, sauber gemacht und haben sie hingestellt, um dort was draus zu machen, um die zu nutzen. Ja, der Kunstsammler Lothar Schirmer, dem die Wanne gehörte, der die zur Verfügung gestellt hat, bekam infolgedessen vom Wuppertaler Landgericht in erster Instanz 40.000 D-Mark zugesprochen und dann in zweiter Instanz vom Düsseldorfer Landesgericht 58.000 D-Mark. So kann es gehen. Der ursprüngliche Zustand der Badewanne wurde dann erst 1977 wieder im Auftrag des Sammlers zurück rekonstruiert von Beuys selbst und ist eben jetzt im Leonbachhaus in München zu bewundern. Aber die Namen Hilde Müller und Marianne Klein, die sind in die Geschichtsbücher eingegangen. Also so ergeht es jemanden, wenn man etwas Wertvolles sieht, aber nicht wertschätzt. Und diesen Gedanken, den finden wir heute im ersten Petrusbrief wieder. Das ist der Text, wo wir hinkommen, 1. Petrus Kapitel 2, die Verse 4 bis 10, die wir uns anschauen. Und da wird von etwas anderem gesprochen, das natürlich wesentlich wertvoller ist als so eine Badewanne, welchen Kunstgeschmack man auch immer haben mag. Da geht es um Jesus selbst. Jesus ist wertvoll. Jesus ist unglaublich wertvoll. Und dieser Begriff, dieses Konzept vom Wert, den haben wir ja schon vorher gesehen im ersten Petrusbrief. Ich lese noch einmal Kapitel 1, Vers 7. Da ist von der Bewährung eures Glaubens die Rede, die viel kostbarer befunden wird, als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird. Also die Bewährung des Glaubens ist unglaublich wertvoll, weil sie zum Ziel führt. Dann in Kapitel 1, Verse 18 und 19, da ist vom Blut Jesu die Rede. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem Eitlern, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Er ist zwar im Voraus vor Grundlegung der Welt erkannt, aber am Ende der Zeiten offenbar worden um euretwillen. Also, das Blut Jesu, das uns reinigt, ist unglaublich kostbar. Das ist der Preis, mit dem Jesus bezahlt hat. Und jetzt zu dem Text, zu dem wir kommen, da ist jetzt von Jesus selbst die Rede, als derjenige, der unglaublich wertvoll ist. Vers 4, da ist davon die Rede, zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar. Die Verse 6 und 7, denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, wird nicht zu schanden werden. Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er die Kostbarkeit. Für die Ungläubigen aber gilt der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Jesus ist unglaublich kostbar. Und das Thema, mit dem wir uns heute Morgen beschäftigen, es lautet, komme das Volk des neuen Lebens. Und das ist, weil Jesus derjenige ist, der unglaublich kostbar ist, sollen und dürfen wir zu ihm kommen und uns so verändern lassen und prägen lassen, zu seiner Ehre. Hier ist in dem Text vom Volk Gottes die Rede und das knüpft natürlich an an mehrere Aussagen im Alten Testament. Da ist ganz, ganz viel vom Alten Testament drin verborgen in diesem Text. Und ich möchte einige Verse mal lesen, bevor ich zu unserem Text heute komme, um uns ein bisschen in die Geschichte mit hineinzunehmen. 2. Mose 19, die Verse 5 bis 6. Und ihr werdet dann sehen im Nachhinein, wie viele Parallelen da da sind. 2. Mose 19, 5 bis 6. Da ist das Volk Gottes, Israel am Sinai. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein. Denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und einer heiligen Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israel reden solltest. Also, Gott erwählt sich ein Volk. Und er möchte sie machen zu Priestern und zu Königen. Aber Gottes Volk, er weist sich nicht als diejenigen, die in diesem Sinne die Treuen waren, die auf Gott vertrauen, ihm nachfolgen, ihm dienen, ihm gehorchen. Und so kommen wir zu Hosea Kapitel 2. Hosea Kapitel 2, Vers 23. Und es wird geschehen an jenem Tag, da werde ich erhören, spricht der Herr. Herr, ich erhöre den Himmel. Hosea 2, habe ich den richtigen Vers gelesen? 23. Na genau, da geht es weiter. Und es wird geschehen an jenem Tag, da werde ich erhören, spricht der Herr. Ich erhöre den Himmel und der erhört die Erde. Und die Erde erhört das Korn und den Most und das Öl. Und die erhören Jesrael. Und ich will sie mir säen im Land und will mich über die Loruhama erbarmen. Und ich will zu Loami sagen, du bist mein Volk. Und er wird sagen, mein Gott. Also Gott schafft sich ein Volk, das sich abkehrt von ihm. Das nicht auf ihn hört, das ihm nicht nachfolgt. Und Gott sagt durch Hosea, ich werde mir wieder ein Volk schaffen. Ich werde sie wieder zu mir rufen. Ein Volk, das ursprünglich nicht mein Volk war. Psalm 118. Psalm 118, Vers 22. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben. ist zum Eckstein geworden. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Also sie haben Gott verworfen, aber Gott schafft etwas Neues. Einen Eckstein, aus dem er sich ein neues Volk formt. Jetzt lese ich noch zwei Verse aus dem Propheten Jesaja. Kapitel 8. Jesaja 8, Vers 14. Und er wird zum Heiligtum sein und zum Stein des Anstoßes und zum Fels des Strauchelns für die beiden Häuser Israels, zum Klappnetz und zur Falle für die Bewohner Jerusalems. Kapitel 28, Vers 16. Darum, so spricht der Herr, Herr, siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, Felsenfest gegründet. Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Gott schafft sich ein Volk. Und gerade im Propheten Jesaja geht es darum, dass Gott sein Volk widerrufen wird. Aus dem Exil, aus der Verlassenheit, aus der Fremde, ruft Gott sein Volk zurück. Und an diese Texte knüpft Petrus an, wenn er davon spricht, dass er sich ein neues Volk schafft. Gott schafft sich ein neues Volk. Und ich bin davon überzeugt, dass das Volk Israel eine besondere Berufung hat, auch heute noch, aber natürlich trotzdem, Petrus knüpft an und sagt, das Schicksal Israels aus dem Alten Testament ist verwoben mit dem Schicksal des neuen Volkes Gottes, der Menschen, die heute auf Gott vertrauen. Und da kommt alles darauf an, wie wir auf ihn reagieren, wie wir mit diesem Eckstein umgehen. Und das ist das Thema unseres heutigen Morgens. Wir sind das Volk des neuen Lebens. Dazu hat Gott uns berufen. Wir machen also einen gewissen Wechsel, das haben wir schon im Vorprogramm gesehen, und sehen, wir haben eigentlich begonnen jetzt mit dem Bild vom Wachstum. Das haben wir besonders gestern betrachtet. Da ist ein Kind, das wird neu geboren und das soll wachsen. Und vielleicht für euch als Techniker, als Ingenieure, kommen wir jetzt zu einem Bild, das vielleicht für manchen vertrauter ist. Ja, also so ein neues Leben, da ist man manchmal unbedarft, da weiß man nicht so richtig, wie soll man sich damit verhalten. Bei der Technik, da gibt es klare Vorgaben. Da ist klar, was gemeint ist. Also es ist ein Bildwechsel da, vom neuen Leben zum Bau, aber das sind nicht zwei völlig verschiedene Dinge. Denn wenn Gott davon spricht, wenn Petrus davon spricht, dass Gott sich ein neues Haus baut, dann meint er damit natürlich nicht physikalische Steine. Und schon im Alten Testament sehen wir, wie dieses Bild vom Bau, vom Haus, Menschen im Blick hat. Also wenn in den Mosebüchern davon geredet wird, dass das Haus Jakobs aufgebaut wird, dann ist natürlich die Familie gemeint. Und wenn wir im zweiten Buch Samuel lesen, dass der David dem Herrn ein Haus bauen wollte und Gott sagt, nein, du wirst mir nicht ein Haus bauen, sondern ich werde dir ein Haus bauen, dann meint er natürlich, dass er ihm viele Nachkommen schenken wird, eine große Familie schenken wird. Deswegen ist auch von lebendigen Steinen die Rede. Christus ist der lebendige Stein. Und die Frage, die an uns geht, ist, wie verhalten wir uns ihm gegenüber? Wie gehen wir mit diesem lebendigen Stein um? Mit Steinen kann man ganz unterschiedliche Sachen machen. Das haben wir auch schon gesehen. Also man kann Steine werfen zum Beispiel. Also man kann sie nutzen, um Steine auf andere zu werfen. Dann hat man den eigentlichen Zweck eines Steines natürlich nicht erfüllt. Man kann auch Steine auf einen Haufen werfen und sammeln. Man kann Steine sammeln. Im Endeffekt ist es völlig egal, was man damit macht. Solange man sie nicht zu ihrem Zweck benutzt, geht man am Ziel vorbei. Christus ist ein lebendiger Stein, der die Grundlage ist für den Bau, den er schaffen möchte. Und das ist eigentlich, was Petrus uns deutlich macht. Jesus ist der lebendige Stein und er möchte auch uns zu einem lebendigen Haus bauen. Eigentlich, der Text, der hier steht, spricht nicht davon, dass Gott ein Haus baut, sondern dass er uns aufbaut als geistliches Haus. Ich lese nochmal die Verse 4 bis 5. 1. Petrus, Kapitel 2, 4 bis 5. Zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar. Lasst auch euch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott hochwillkommen durch Jesus Christus. Also Gott möchte uns aufbauen, um ihm zu dienen. Und wie passiert das? Wie geschieht das? Das haben wir gelesen im Anfang von Vers 4. Zu ihm kommend. Indem wir zu ihm kommen. Das ist eigentlich was Natürliches, das ist auch hier kein Befehl, der rein sprachlich gebraucht wird, das ist kein Imperativ, sondern das ist etwas, was passiert. Wenn Menschen, so wie wir in den ersten Versen von Kapitel 2 gestern gelesen haben, begierig sind, nach der unverfälschten Milch, dann kommen sie ganz natürlich aufgrund ihres neuen Lebens zu ihm. Und indem wir zu ihm kommen, werden wir aufgebaut. Ich finde das immer so wunderbar und unglaublich, wenn man sieht, dass ein Mensch zum ersten Mal zu Jesus kommt. Und ich habe mich an eine Begebenheit erinnert, die ist jetzt ungefähr drei Jahre her, da war ich bei einem Ehepaar aus unserer Gemeinde zu Besuch, die hat mich eingeladen, die waren schon ein paar Wochen oder Monate, ich weiß nicht mehr genau, den Zeitraum bei uns gewesen, regelmäßig im Gottesdienst, und haben sich überlegt, wie wäre das denn mit Gemeindemitgliedschaft. Und ich war bei dem Ehepaar zu Besuch und was offensichtlich war, die Frau war schon viele Jahre gläubig und der Mann eben nicht, das hat er auch deutlich gesagt. Aber er war gern dabei, er ist gern als Begleiter mitgekommen und ich war dann bei ihm zu Besuch und in unseren Gemeinden ist das so, dass jemand nur Gemeindemitglied wird, wenn er auch wiedergeboren ist, gläubig ist. Und ich habe dann mit dem Ehepaar gesprochen und sie haben gesagt, ja, wir würden gerne Gemeindemitglieder werden. Ich habe gesagt, ja, ihr seid herzlich willkommen, gerne, aber Mitglied kann leider nur einer von euch werden bei uns. Und das war für den Mann auch nicht schlimm, also nicht dramatisch. Er hat das verstanden, er hat das akzeptiert und gesagt, ja, aber kann ich gern kommen? Natürlich kann er gerne kommen. Und dann war es einige Wochen später, da waren sie auf einer Reise zusammen in Israel mit einer christlichen Reisegruppe und das war auch so erst nur mit seiner Frau mitgegangen als Begleiter. Und er hat dann bei der Vorstellung dort in der Runde noch damals gesagt, jeder hat sich ein bisschen vorgestellt, er hat gesagt, ich bin der Begleiter von meiner Frau. Und in dieser Woche ist es aber passiert, dass er diesen Schritt gemacht hat zu Jesus hin. Und ich erinnere mich noch ganz genau dran, dass er mir kurzfristig eine E-Mail geschrieben hat und gesagt hat, Mensch Jakob, schick mir mal deine Handynummer, deine WhatsApp-Nummer, ich möchte dir gerne was mitteilen. Ich war zu einer Mitarbeiterfreizeit unterwegs und habe dann ihm meine Nummer geschickt und er schickte mir dieses Bild und hat mir dazu geschrieben, ich bin durch die Tür gegangen. Ich bin durch die Tür gegangen, ich bin Christ geworden. Und er hat das geschrieben mit so einer Begeisterung und ich habe gemerkt, Mensch, unglaublich, was für ein tolles Ereignis. Da ist jemand, der noch Wochen vorher ganz nüchtern sagt, ich komme gerne Gottesdienst, das ist für mich interessant, aber schon viele Jahre, ich glaube schon zweistellige Anzahl von Jahren war er immer als Begleiter seiner Frau mit dabei, teilweise in verschiedenen Gemeinden. Aber dann diesen Schritt zu machen, zu Jesus hin. Das ist sowas Besonderes und sowas, was einen, finde ich, so stark beeindruckt. Aber es ist nicht nur ein einzelner Schritt, den man einmal macht zu Jesus. Und ich glaube nicht, dass das hier in erster Linie gemeint ist von Petrus, weil Petrus schreibt an Christen, Petrus schreibt an Menschen, die schon Jesus nachfolgen, in denen neues Leben ist. Und es ist eben nicht nur ein Schritt, der muss am Anfang da sein, aber es geht weiter. Wir sollen zu Jesus kommen, täglich. Täglich zu Jesus kommen. Allen Dingen, die uns beschäftigen, das ist ja ganz sicher bei euch, genauso wie bei mir. Man wacht morgens auf und hat schon so viele Dinge im Kopf und möchte sich irgendwelchen Sachen gleich, anderen Sachen widmen oder mal die Nachrichten hören, was denn aktuell sich so tut. Aber ich glaube, es ist so, so wichtig, dass wir uns das zur Gewohnheit machen, zu Jesus zu kommen. Schon als erste Sache, zu Beginn des Tages. immer dann, gerade wenn wir merken, wir entfernen uns von ihm, wir haben andere Dinge, die uns prägen, die uns unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen, zu Jesus kommen. Weil Veränderung nur dadurch geschieht. Also das Wachstum, der Aufbau des Hauses, wie es hier in dem Text steht, der geschieht nur dadurch, indem wir zu Jesus kommen. Da geht es nicht um Verhaltensveränderung, um Dinge, die wir uns vornehmen oder die wir umsetzen, sondern zu Jesus zu kommen. Ganz schlicht und einfach. Gott baut auf, um ihm zu dienen. Und das ist auch der Punkt, von dem hier die Rede ist, dass das Ziel ist, unseres Lebens, Jesus zu dienen, ihm Opfer zu bringen. Und wenn hier von den Opfern die Rede ist, ist es natürlich nicht mehr von den alttestamentlichen Opfern die Rede, sondern von dem, von dem schon der König David in Psalm 51 geschrieben hat, denn du hast keinen Gefallen am Schlachtopfer, sonst gäbe ich es. Brandopfer gefällt dir nicht. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, wirst du Gott nicht verachten. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz. Damit dürfen wir zu Jesus kommen. Und indem wir das tun, dienen wir ihm, ehren wir ihn, indem wir geistliche Opfer bringen. Gott baut auf, um ihm zu dienen. Und der zweite Punkt, zu dem wir kommen, Gott baut auf und gibt Sicherheit. Ich lese die Verse 6 bis 8 aus dem Brief vor zweitem Kapitel. Denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er, die Kostbarkeit. Für die Ungläubigen aber gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Da sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an dem Wort, wozu sie auch bestimmt worden sind. Und Jesus ist der Eckstein. Und der Eckstein ist, ja, wie ihr ganz sicher wisst, der Stein, der die Orientierung gibt für alles andere, was darauf baut. Also man kann viele Dinge bauen, aber wenn sie kein klares Fundament haben, wenn sie keinen klaren Eckstein haben, wenn sie schief konstruiert werden, dann werden sie zusammenbrechen. Das ist genau die Geschichte, die Jesus uns erzählt. am Ende der Bergpredigt von zwei Menschen, die zwei Häuser bauen. Und der eine hat ein tolles und prächtiges Haus, aber es besteht nicht. Es geht zugrunde, als der Regen kommt, als der Wind kommt, weil er auf Sand gebaut hat. Und derjenige, der auf Felsen gebaut hat, das ist derjenige, der auf diesen Eckstein gebaut hat. Auf Jesus. Dazu muss sich jeder Mensch in seinem Leben einmal entscheiden, worauf baue ich in meinem Leben. Auf meine Erfolge, auf das, was mir wichtig ist, auf meine Ziele, auf die Dinge, die ich erreichen möchte, oder baue ich mein Leben auf Jesus? Identifiziere ich mich mit ihm? Ist er die Grundlage meines Lebens? Und daran entscheidet sich so viel. So viel. Und das wird deutlich in diesen Versen. Das Evangelium ist eine frohe Botschaft. Natürlich. Natürlich ist es eine frohe Botschaft. Aber es ist auch eine ernsthafte Botschaft. Denn es entscheidet sich alles daran, worauf wir bauen. Bauen wir auf den Eckstein oder verwerfen wir den Eckstein? Hier ist ja von zwei Arten von Bauprojekten die Rede in diesem Text. Einmal von dem geistlichen Haus, das Gott sich aufbaut. Und im Gegensatz dazu, ja, das sind die Bauleute auch. Das sind auch die Bauleute. Aber die haben den Eckstein verworfen. Die arbeiten an ganz anderen Dingen. Und deswegen ist es so wichtig, dass das auch im Zentrum unserer Botschaft steht. Auch für euch als Technikerbund natürlich. Für uns als Technikerbund. Also für die Mitarbeiter, die rausgehen und Gespräche führen, ist das natürlich nicht immer so eine erfreuliche Botschaft, die man zu den Menschen bringt. Wenn man mit ihnen spricht und sagt, ja, du bist Sünder. Du bist getrennt von Gott. Du bist durch dein Herz. Und auch, das zeigt sich in deinem Verhalten, entsprichst du nicht der Heiligkeit Gottes. Und klar ist man natürlich viel eher geneigt dazu, von den schönen Dingen zu sprechen. Und von den Dingen zu sprechen, die man alle hat und erreichen kann mit Jesus. Und vom erfüllten Leben, das Leben in Überfluss. Das stimmt ja auch, das ist gut. Aber wir dürfen es nicht vergessen, auch vom Gericht Gottes zu sprechen. Stell dir vor, du bist eine ganze Zeit lang an deinem Arbeitsplatz aktiv und arbeitest, denkst, läuft alles gut. Vom Chef bekommst du zumindest keine kritischen Rückmeldungen. Alles läuft, hast du das Gefühl. Und irgendwann kommt dein Chef zu dir und sagt, Mensch, Klaus, ich muss dich leider kündigen. Die letzten Jahre, du hast einfach nicht das an Arbeitskraft, nicht das an Zielen erreicht, was wir uns gewünscht hätten. Und jetzt ist vorbei. Ja, jetzt ist zu spät. Jetzt muss ich dich kündigen. Und dann fragst du ihn, ja, aber sagen Sie mal, Sie haben mir nie was gesagt. Also es war doch immer alles in Ordnung. Und dann sagt dein Chef, ja, ich wollte Sie nicht verletzen. Deswegen habe ich Ihnen halt nichts gesagt. Also wie würdest du dir dann vorkommen? Dann würdest du dir wahrscheinlich sehr komisch vorkommen und denken, ja, also ich hatte ja gar keine Möglichkeit, mich zu verändern. Ich hatte gar keine Möglichkeit, mich in meiner Arbeit anzupassen, weil ich hatte immer das Gefühl, es ist alles in Ordnung. Und genau so, wenn wir den Menschen nur von den schönen Dingen erzählen, nur von den Dingen, die toll sind im Leben eines Christen und nicht auch einmal von der Gerichtsbotschaft, dass Menschen, die ohne Jesus leben, ohne bewusst die Entscheidung für ihn getroffen zu haben, auf ihn zu vertrauen, wenn jemand verloren geht ohne Jesus, ja, dann wird er so eines Tages dastehen und vielleicht sagen, aber es hat mir doch keiner gesagt. Deswegen ist es so wichtig, dass wir auch diese Botschaft weitergeben. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Aber für sie ist es zum Verderben geworden. Gott baut auf und gibt Sicherheit für jeden, der auf ihn vertraut. Jeder, der auf Jesus baut, der darf absolute Sicherheit haben. Deswegen dürfen wir uns das auch zusagen. Deswegen ist es auch für uns eine gewisse Perspektive. Wenn wir einmal in unserem Leben auf ihn gesetzt haben, dann ist es schon unsere Aufgabe, auch in unserem täglichen Leben das zu zeigen. Aber er wird uns zum Ziel bringen. Der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, der wird es auch vollenden. Jesus ist der Vollender. Er baut auf und gibt Sicherheit. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist das, was Gott vorhat mit uns, was Gott machen möchte. Gott beruft, um ihn zu verkündigen. Gott beruft, um ihn zu verkündigen. Das ist von mehreren Dingen die Rede. In diesen Versen, ich lese die Verse 9 bis 10 mit uns. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Gott schafft sich ein auserwähltes Geschlecht. Gott schafft sich eine neue Familie. Das ist ja genau das Thema, von dem wir hier reden. Das ist Gottes neues Volk. Zu dem darfst du dazugehören. Wenn du zu Jesus gehörst, dann hast du eine neue Familie. Egal, wie es mit deiner weltlichen Familie aussieht. Da magst du gute Beziehungen haben, oder eben auch nicht, aber Gott schafft sich ein neues Volk. Deswegen ist es so wichtig, dass wir als Christen in Gemeinschaft leben. Das Leben als Christ ist kein Alleingang. Da ist man nicht allein irgendwo aktiv und versucht für ihn als kleines Licht zu leuchten, sondern Gott möchte sich Christen als Gemeinschaft berufen. ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum. Da ist die Heiligkeit im Blick, die Menschen haben sollen als diejenigen, die ihn vertreten. Das war die Aufgabe der Priester im Alten Testament. Die haben Gott vor den Menschen vertreten, haben die Schuld der Menschen vor Gott gebracht, um Vergebung gebeten, aber auch die Botschaft Gottes zu den Menschen gebracht. Eine heilige Nation ist das Wesen, das uns ausmachen soll, das, was wir ausstrahlen sollen als Christen. Ein Volk zum Besitztum, dass wir Gott gehören, dass wir sein Eigentum sind, dass wir für ihn da sind. Empfänger der Barmherzigkeit. Das, was Gott zeigt an uns, er hat sich ja nicht diejenigen erwählt, die besonders stark sind, besonders klug sind, besonders clever sind, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit hat er uns auserwählt. Aufgrund seiner Gnade hat er uns berufen. Das ist das Wunder des Evangeliums. Gott ist barmherzig. Was ist das Ziel mit dem? Die Absicht von Gottes Berufung? Es ist in Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Wir sollen die Tugenden Gottes verkündigen. Gott ist derjenige, der unglaublich wertvoll ist. Das haben wir gesehen. Und die Frage ist, zeigen wir das nach außen? Stellen wir das den Menschen dar? Ist das in unserem Leben sichtbar, dass es sich lohnt, für Gott zu leben, dass er unglaublich wertvoll ist? Wenn hier von den Tugenden die Rede ist, dann ist das griechische Wort, das hier benutzt wird, das Wort Arete, also das ist die Tugend. Und das kommt wahrscheinlich ursprünglich vom Kriegsgott Ares, also dem griechischen Kriegsgott, und hat wahrscheinlich ursprünglich von der Bedeutung, mit Männlichkeit, mit Mut, mit Kraft zu tun. Aber der Begriff wurde dann auch schon später in anderer Hinsicht gebraucht, also schon Homer benutzt den Begriff, um zum Beispiel auf junge, kräftige Männer hinzuweisen, die schnelle Beine haben, das ist ihre Tugend. Oder von Frauen redet er und sagt, das sind die Tugenden, die sie ausmachen und die sie interessant machen für junge Männer, also die Tugenden der Frau, von denen sie sprechen. Was sind die Tugenden Gottes, die uns bewusst sind? Und was fasziniert uns an Jesus? Ich glaube, dass das so wichtig ist, dass wir uns immer mal wieder diese Frage stellen. Und das bringt uns zur Anbetung. Was hat Jesus an uns getan? Wann und wie ist er? Wie ist er? Gerade in Bezug auf Jesaja Kapitel 43, wo dieser Vers Bezug drauf nimmt, geht es ganz besonders um die Taten Gottes. Jesaja 43 lese ich mit uns. Jesaja 43, 18 bis 21. Denkt nicht an das Frühere und auf das Vergangene achtet nicht. Siehe, ich wirke Neues. Jetzt sprosst es auf. Erkennt ihr es nicht? Ja, ich lege durch die Wüste einen Weg, ströme durch die Einöde. Die Tiere des Feldes werden mich ehren, Schakale und Strauße, weil ich in der Wüste Wasser gegeben habe, ströme in der Einöde, um mein Volk zu tränken, mein Auserwähltes. Dieses Volk, das ich mir gebildet habe, sie sollen meinen Ruhm erzählen. Ja, warum? Wegen dem, was Gott getan hat. Und im Propheten Jesaja ist ja noch vieles zukünftig. Aber für uns ist vieles im Rückblick sichtbar. Manches noch in kleiner Form. Aber in der Wüste hat Gott angefangen, etwas zu schaffen. Gottes Reich. So wie Jesus das erzählt in Matthäus 13, im Gleichnis Kapitel, da sagt er, ja, das ist wie ein Senfkorn, das aufgeht und blüht. Aber das Reich Gottes ist jetzt noch nicht in diesem Sinn sichtbar. Sondern es ist im Kleinen da. Es ist im Kleinen sichtbar. Wo auch im Kleinen in deinem Leben erkennst du Gottes Güte. Erkennst du Gottes Gnade. Und kannst von seinem Ruhm erzählen anderen Menschen. Und da müssen wir uns das gar nicht so schwer machen, von Gottes Güte zu erzählen. Häufig denken wir ja, vielleicht, ja, was kann ich schon jemandem erzählen, wenn ich mit jemandem über Jesus rede. Ich kenne mich nicht so gut aus in der Bibel. Ich weiß ja nicht so viel. Aber eine meiner Lieblingsgeschichten, finde ich, macht das so schön deutlich, dass die Geschichte in Johannes 9, als Jesus den Blindgeborenen heilt. Der ist blind von Geburt an. Und Jesus kommt zu ihm und heilt ihn. Und dann kommen die Pharisäer und die fragen, wer hat das gemacht? Wer hat dich hier am Sabbat geheilt? Das ist doch verboten. Und was macht der Blindgeborene? Der hat noch gar nicht so richtig erkannt für sich, wer Jesus ist eigentlich. Der ist noch gar nicht so weit, dass er Jesus als Retter, als Messias erkannt hat. Das geschieht erst ganz am Ende von Kapitel 9. Aber er sagt nur, ich kann euch noch nicht mal genau sagen, wer das war, aber was ich euch sagen kann, ich war blind und jetzt sehe ich. Ich war blind und jetzt kann ich sehen. Also das einfachste Zeugnis für uns ist doch, anderen Menschen zu erzählen, wo Gott uns verändert hat. Wo Gott neues Leben hat aufsprießen lassen, nicht in Vollkommenheit. Also niemand von uns ist wahrscheinlich dieser blühende Garten, der in jeder Hinsicht Gottes Heiligkeit zeigt. Aber Gott hat angefangen, sein Werk zu tun. Wir sollen seine Tugenden verkündigen. Und deswegen geht dieser Auftrag oder eigentlich dieser Wunsch Gottes an uns. Lass dich aufbauen, indem du zu ihm kommst. Also ich wünsche dir, ich wünsche jedem von euch und auch mir natürlich, dass wenn wir jetzt von dieser Konferenz nach Hause kommen, dass das unser Ziel ist, dass wir zu ihm kommen, dass wir mit ihm leben, dass unser Leben das ausmacht, indem wir Gott loben, täglich, egal wie die Umstände sind. Das haben wir gesehen, als wir begonnen haben vorgestern, indem wir Gott loben, egal was die Umstände sind. es sind nicht unsere Umstände, die uns definieren, es sind nicht unsere Gefühle, die uns definieren, sondern es ist Jesus, der uns definiert. Und deswegen dürfen wir ihn loben, im Alltag. Das ist eine Art und Weise, wie wir zu ihm kommen, indem wir ihn loben, indem wir ihm begegnen, indem wir ihn ehren. Dass wir wachsen wollen, dass wir ein Verhältnis haben zu anderen Menschen, das von Liebe geprägt ist, dass wir begierig sind nach der unverfälschten Milch, dass wir sein Wort lesen, uns prägen lassen, dass sein Wesen immer mehr sichtbar wird in uns, dass wir uns aufbauen lassen, zu seinem Haus, zum geistlichen Haus, ihm Opfer bringen und dass wir von seinen Tugenden erzählen, Also, nimm das mal mit als Hausaufgabe für dich und überleg mal für dich vielleicht morgen früh, was hat Gott an dir getan, was hat Gott in deinem Umfeld getan, in deiner Gemeinde? Da gibt es ganz sicher auch immer Dinge, über die wir klagen können. Und zwar nicht nur über die Dinge, die äußerlich sind, sondern auch über die Dinge in unserem eigenen Leben, wo wir merken, dass das Wachstum, dass dieses Haus noch nicht in der Pracht sichtbar im Kleinen Gottes Gnade sichtbar wird. Gott hat angefangen, etwas Wunderbares zu schaffen und er möchte es weiterwirken. Ich wünsche euch das als Mitarbeiter vom Technikerbund, dass ihr seine Tugenden erzählt, auch vom Stein weitererzählt, an dem sich alles scheidet. Verwirft ihn jemand, wird er selbst verworfen, baut er auf ihn, hat er das beste Fundament für sein Leben, das es geben kann. Denn daraus wird Gottes Bau aufgerichtet. Also wir haben gesehen, Gott baut auf, um ihm zu dienen. Gott baut auf und gibt Sicherheit und Gott beruft, um ihn zu verkündigen. Daraus wir um er wir Mount är ä we olé a man 地 бог und ja Vielen Dank.